Die Nexos Starten unseren Landeanflug Sie ist beinahe so groß wie die Citadel Nexus Kontrolle hier Archie Hyperion Aber nur beinahe Captain, ich bekomme nur ihren automatischen Anflugkanal rein Niemand antwortet Wie auch immer, wir sind hier Bringen Sie uns rein Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein Geht doch noch Echt? Habitat 7 gescheitert Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen Und unser Pathfinder ist tot Das sollte der Tiefpunkt sein Alle Anzeigen grün Andockung eingeleitet Das war's Wir sind da Viel Glück Pathfinder Okay Okay Ich gerade Pathfinder genannt Das hier passiert wirklich Atmen Sie einfach tief durch Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist Dieser Moment hätte ihm gehören sollen Hätte, hätte, Fahrradkette Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen Und wo soll ich anfangen? Ich habe Sie gerade auf den neuen Stand Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu kommen Lauf, Forrest, lauf! Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen Und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben Könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen Das geht wohl für uns alle Ja, es war eine harte Tour bisher Wir rappeln uns wieder auf Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche Ähm, ich sehe hier nirgends Champagner Wo sind die ganzen Leute? Avina Ab der Lexus, dem Tor nach Andromeda Ich bin Avina Eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten Das wäre alles Es war mir ein Vergnügen Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt Unbekannter Fehler Okay, das war echt hilfreich Ja, sehr hilfreich Die Pflanzen sind noch am Leben Es wirkt, als hätten Sie diesen Ort nie fertiggestellt Ah, da ist einer Hallo Wir sind von der Archie Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind Hat er Sie gehört? Sagen Sie von einer Arche? Ja, gerade angekommen Und nebenbei, Ihre V.I. könnte ein Update vertragen Aber wir dachten, Sie wären alle tot Was? Oder gefangen Oder im Orkusnebel verschollen Oder... Aber Sie sind hier Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet Ich fasse es nicht Tyrion Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus Rider Das sind Euro Harper und Liam Coster, Teil des Pathfinder-Teams Entschuldigen Sie bitte Verwandt mit Irene Kandros aus Mass Effect 3 Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion Naja, Sie sehen, wir sind tatsächlich hier Natürlich, es ist nur Ihre Arche ist die erste hier Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet Und dann diesen Bereich geschlossen Und die Suche eingestellt Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale Scheint auch nicht alles Einfach gelaufen zu sein Bei denen Ist auch schief gegangen Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen Und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen Die uns vom Kurs abbrachte Ja, die kennen wir Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren Es gab zahllose Tote Wir hatten keinen Strom Keine Lebensmittel Monatelang herrschte nichts als Chaos Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand Als die Ordnung wieder hergestellt war Wurden die Rebellen verbannt Wir nennen sie Exilanten Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns Schließlich sind Sie jetzt hier Wir sind da Gehen Sie schon mal vor Ich überprüfe die Sicherheitslage Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind Wir versuchen sie so gut es geht zu ersetzen Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet Sämtliche Andock-Prozesse sind im grünen Bereich Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie Die Crew der Hyperion Viel Glück Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind Nicht so froh wie wir Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen Hungrige Gesichter Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können Das ist Foster Addison Sie leitet die Kolonialverwaltung Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen Sie sind nicht Alec Ryder Mein Vater ist tot Ich bin sein Nachfolger Alec ist tot? Sie müssen verstehen Die gesamte Initiative droht zu scheitern Keine der goldenen Welten ist bewohnbar Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch Wir müssen neue Ressourcen finden Aber dafür brauchen wir Leute Und wir können sie erst wecken Wenn sie einen Ort zum Leben haben Eine goldene Welt Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder Und jetzt sind Sie es, Ryder Sind Sie dem gewachsen? Hm Sie haben Probleme Und brauchen jede Hilfe, die Sie kriegen können Wir brauchen kompetente Hilfe So behandelt man doch keinen Gast Oh, eine weibliche Kruganerin Mal was Neues Ich bin Nagmorkesh Die Leiterin dieser Station Ich hoffe, Sie haben Sie nicht bereits verschreckt Es ist nichts Persönliches Aber wir können uns keine Fehler leisten Der Pathfinder scheint zumindest bereit es zu versuchen Eine neue Sichtweise wird uns guttun Nun Sie haben meine Bedenken gehört Wir stehen alle unter Druck Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen Kühler Empfang Danke für die Unterstützung Hoffnung ist hier selten Wir sollten Sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online Ich möchte Ihnen was zeigen Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an Meine Stimme haben Sie Und wenn der Speicher leer ist Reden Sie mit Direktor Tan Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht Und schauen Sie mal bei mir vorbei Wenn Sie Zeit haben Probleme über Probleme Wenn Sie dafür, dass das nicht geschieht Ja dann Die Handball